Wieder ein erschütterndes Ereignis. Zwei Tote durch einen Messerangriff in einem Zug bei Brugstedt. Das, was wir noch vor kurzem in Ibenbüren und Illa-Kirchberg erlebt haben, es wiederholt sich immer und immer wieder. Die Regierung, aber auch große Teile der Opposition sind der Meinung, man dürfe die Gründe und die Zusammenhänge nicht offenlegen. Wir aber als AfD sagen es ganz deutlich. Diese Taten sind die Folge einer vollkommen verfehlten Masseneinwanderung und Asylpolitik der letzten Jahre. Wer die richtigen Fragen nicht stellt, der macht sich mitschuldig an ähnlichen Verbrechen in der Zukunft. Darum sagen wir, Kriminelle konsequent abschieben, Deutschlands Grenzen wieder schützen, damit die Menschen in Deutschland wieder sicher leben können.